...weil wir nicht weggerannt sind. Vielleicht wäre es anders gewesen. Das kann gut sein. Vielleicht haben wir dadurch, dass wir da geblieben sind, uns oder sie nicht verwandelt. Das kann sehr gut gut sein. Wenn sie weggelaufen wäre, vielleicht angeschossen nochmal. Erschreckt mich mal hier. Oh, ich kann nicht raus. Okay, dann ist man anstatt nichts. Nee, auch vielleicht mal ein bisschen mit dich, weil das letzte Mal, wo du mit dich gegangen bist, ist ja die Karte dann erschienen. Mhm. Ich kann nochmal mit sich laufen hier. Wir haben nochmal eine Ehrenrunde. Ehrenrunde, Zugabe. Zugabe, Zugabe. Nö. Da die Treppen da hoch, geht das? Mhm. Ich schaue es gleich. Hey, wolltest du den Punkt nicht angucken? Nee, gleich. Achso, okay. Okay, keine Karte. Jetzt kann ich die Sache anschauen. Mit Sequenz sogar. Na gut. Schrottplatznotiz. Was keep this of the... Docks and out the way. Hm. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Ach, keep this of the books and out the... Ah, okay. Ah, okay. Wer ist Tee? Out there. Ah, ja. Geht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst das. Vollmond. Überall Vollmond. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Mit dem Knopf steuere ich, so schlecht ist das Tor wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir wollen mich verruhen. Wir wollen uns übernommen. Ich habe meine gute Zeit nicht im Änst. Geht aus. 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 Aber ist vielleicht noch irgendwo am Auto was? Ich bin gerade einmal rum rumgelaufen. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt. Geh mir. Oh, ich schau gerne nochmal. Das ist schon merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass wirklich da was ist. Da hinten rechts in der Ecke. Hinter dem Auto. Da irgendwo. Okay, schade. Danke fürs Schauen. Kein Problem. Anyway. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Als Wehrwölf wirst du, glaube ich, nicht von Wehrwölfen angefallen, oder? Äh, weiß ich nicht. Ist nur ne Vermutung. Ach, mehr war hier nicht. Super. Komisch. Boah, das scheiß Licht, ne? Nein, ich schätze nicht da lang. Hier gibt's echt viel zu gucken. Hier ist wieder nix. Oben drauf vielleicht. Da. Da. Ich kann doch gar nicht fällig mehr gucken. Also, hast du schon mal nen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein. Oh, jetzt hör ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, äh, klar doch, ähm, pass, ähm, einfach auf mich auf, ja? Ja. Auf jeden Fall. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Den Werkzeugkasten mit kann man immer gebrauchen. Okay, das ist kompliziert. Zurück. Reifer. Was zum Teufel ist da los? Ein Fehler. Ach, shit. Okay. Jetzt bitte nicht die Freundin erschlagen. Ich wollt grad sagen. Ich würd ein bisschen was da weggehen. Oh Gott. Oh, 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 oh. Scheiße. 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 Kommt jetzt, Mann. Was? Oh, oh, oh. Was? Oh Gott, ich hab grad nichts zu... Schau. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist die Knarre? Oh Gott. Man mag keine Geräusche. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh ja, das ist gut. Oh. Hey! Hey! Callum! Hilfe! Ja. Callum! Stop! Stop! Hilfe! Bitte! Callum! Komm schon, du kostiges Biest! Da hab ich geknappt, da hab ich gesagt. Holy shit! Wir haben es geschafft. Ja, war doch easy. Hilfsvoll aus Atem. War doch easy. Das war gerade sehr gut. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle im Film darüber, wie mutig ich bin. Nein, übertreibs nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Ob dieses Ersatz-Nupsi da mitnehmen, oder? Ja, oder hat sie schon? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, weil die waren ja nicht in der Motorhaube. Soll ich dir was sagen? Was denn? Es ist noch keiner von uns gestorben. Nee. Nee, vielleicht schaffen wir ja alle. Oh, das wäre so toll. Nachdem die letzten Male immer fast alle gestorben sind. Ja. Vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück. Das ist kein Glück, das ist können. Wir müssen was tun. Was denn? Dann sagt er, hier ist sicher. Na ja, ich will, will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Wieso macht sie es nicht? So. Deswegen.